Alter, was ist das für ein dummer M***nsohn? Kommt hier rein! Klick, das Ding ist weg, Alter, was ist das für ein M***nsohn? Es ist noch nicht mal ein Weg hierher gebaut! Boah! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wir beginnen ja jetzt die Bad Wars Woche, haben wir uns gedacht. Schön zu Winnie, das bist du ja auf die Idee gekommen. Jeden Tag ein Video. Winnie hat das ja... Ja, 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 ja. Da hinten ist richtig fällig. Was? Ja, weil du ja geschrieben hast, Rainer, aber es ist richtig schlecht. Achso, oh! Boah, Idiote! Schleswig in alle Höhnen, die sind jetzt erst sogar Blockade. Das ist die Skill-Sau, ey! Das ist die Skill-Sau, ey! Wir haben ja so'n Ausdruck, ich hintermacke immer für Leute mit gutem Equip-Equip-Sau. 9mm. Baby, heutzutage geht das schnell auf der Straße. Aber ja, nehmt du dir doch einfach die Brosse. Warum machst du das nicht? Hä, Mini? Hast du dich auch was? Hast du dich auch was? Ja, ja, ja. Hä, Mini, nimm dir doch auch was. Aber jetzt darfst du sie nicht töten, Mini, sonst stirbst du automatisch. Das ist so'n neues Update. Fuck! Du oder alle T-Killst. Mini, der weckt leicht. Kenz-Gänger, könnte das welche von diesen Motorrad-Tippern sein? Ich hab zwei. Okay, drei. Null. Burger HD hat's, glaub ich, richtig weit geschafft. Kann das sein? Nein, ist aber auch. Das ist ja schlecht, der Burger HD. Ne, ist echt nicht. Ist eh gut. Oh fuck. LOL! 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 Der ist in unserer Base! LOL! Na, ich hab nicht gekriegt. Alter, richtig die scheiß Runde für mich. 40 Punkte. Ja, egal. Da bleib ich es trotzdem hoch. So. Ja, ich hoffe, das Video euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde BadWars. Aber was ist BadWars? Mini, erklär doch mal. Schlau. Thomas Linden ist leider gerade abgelenkt. Er wird sich in Kürze. Wow, jetzt haben wir so einstecken. Alter! So ein scheiß Hacker! So ein Runde Hacker! Alter, was ist das für ein dummer Sohn? Ist echt dummer! Kommt hier rein! Klick! Der, der Ding ist weg! Alter, was ist das für ein... Was ist das für ein... Was ist das für ein... Mein Sohn! Es ist noch nicht mal ein Weg hierher gebaut! Boah! Wie heißt der? Kassandra irgendwas! Slash Report! Ja, was gibt's für Gründe alle? Username Kill Aura... Kill Aura hatte der? Ja! Dann... Confirm! Dann! Speed Hack hatte der? Wo? Ah, Fly Hack hat der auch! Na genau! Dann... dann hn nene, username ist ok dann Antinock habe ich schon Antinockback? keinemmer, keinem schon so ein Runsenhacker schau die Sound wieder um wir haben noch einen runter bis der gewandt wird er ist echt so wenn ich hier runde Autoklicker hat er Autoklicker Weiß ich jetzt nicht was das ist, AIMBOT hat er. Was ist das? AIMBOT das ist für ihn AIM schießt Dings. Crap out. Tu einfach irgendwas angeben. Wieso? Was ist das das man den Block sofort abgebaut hat? Spawn Trapping hat er auch gemacht. Er hat mich von Spawn direkt wieder getötet. Es ist kein Spieler. Und er ist... Er wurde gebannt. Nice. So Leute. Hacker live in der Aufnahme gebannt. Danke Leute. Für diese Hilfe und Unterstützung an euch hätten wir das nie geschafft. Hahahaha. Das ist sehr gefährlich. Du hast Spaß gemacht.